Einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Leo. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die Deinigen. Ah, Boudicca. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein. Aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und, so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Herr Kauzi. Bereithalten. Okay, und ein herzliches Willkommen zurück bei White Sun of War. Darius, schützen Sie den Vorsitzenden und erweifle deine Befehle. Schildträger, da drüben! Stalbe abfeuern! Schützen Sie! Nein, Stalbe abfeuern! 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 Läufe! Abfeuern! Läufe! Jetzt abfeuern! Läufe! Abfeuern! Konzentrier dich auf die Schütze, Marius! Feuer! Feuer! Krieger, Marius! Töte sie und hebe die Moral der Truppe! Kürbis! Kürbis! Läufe! Kürbis! Da müsste ich mittlerweile dummeln, ey. Und jetzt werde ich auf die Schützen, Marius. Oh, Kriegselefant. Nein, nicht getroffen. Da kommen Krieger, sie werden durch unsere Linien brechen. Danke, dass die manchmal stehen bleiben. Keine Güte, ey. Oh, keine Salsen mehr. Meine Fresse. Toll, ganze Anstrengung umsonst. Mal den Göttern. Diese dreckigen Bastarde werden immer mehr. Wir müssen sie aufhalten. Feuer frei! Ich führe den Gegenangriff. Ich brauche jeden Mann. Nein, ich führe den Angriff. Du schaffst es niemals zurück. Ich kann nicht den ganzen Rom dir überlassen, oder? Ja. 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 Ich bin aft. Ich bin anstrengen. Ich bin anstrengen. Ich bin ein Återge. Ich bin ein Återgeklar. Ich bin ein Återgeklar. Nein, 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 nein. Kann ich nicht noch an den Skorpio ran? Oh, da hat er aber noch mal Glück gehabt. Das ist eine Verstärkung mit Vitalienzunter, um Vitalienzunterstützung. Die vierte Reservekohorte steht bereit, aber unsere Reihen wurden durchbrochen. Plünderer durchstreifen die ganze Stadt. Verstanden. Ich will erst mal ein bisschen was sammeln. Willst du noch mehr? Okay, irgendwie wird das nix... Okay, wir kriegen ein Leben, das finde ich gut. Lauf weg, solange du noch kannst! Sei verdammt! Ich will dir keine... Ja, super. Was gibt's hier? Warum kann ich hier? Ah! Eine Schriftrolle, die ist natürlich jetzt sehr wichtig. Na super. Ich würde sagen, los geht's. Was gibt's denn hier? Erstmal hier lang. Erstmal noch die Ruhe genießen. Die Ruhe vor dem Sturm. Okay, hier lang die vierte Chorate. Okay. Okay. Du da! An die Arbeit! Ja, Herr! Plünderer! Was? Plünderer? Leg dir näher nach links. Deine Knäre verteidigt die linke Flanke, während du dich um die rechte kümmern musst. Okay. Sehr kampfstark, wenn Unterstützung durch Bogenschützen besteht. Okay. Dann Legionäre, wenn die Lücke zur rechten Föhn und den Durchbruch der Barbaren verhindern, diese Position kann nicht durch Bogenschützen unterstützt werden. Sehr kampfstark, wenn Unterstützung durch Skorpiobeschuss besteht. Boah, keine Ahnung. Legionäre! Nehmt zur linken Verteidigungsstellung ein! Kampfstark, wenn Legionäre die linke Flanke halten, kann durch Pfeilsagen unterstützen, wenn keine Legionäre anwesend sind. Die Bogenschützen werden Maris mit Pfeilsalven unterstützen. Schützen! Auf die linke Plattform! Und ich mach hier alles allein. Auf die linke Plattform! Keine Knäre! Keine Knäre! Ach! Ah! Vergib dich oder nicht! Ach! Ah! 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 Die Schreiber abfeuern! 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 Ich bin erreicht! Kommt hier rüber Herr! Knauze! Jawoll! So, ich werde es ab hier aber am Break machen. Ich habe hier bei mir 46 Minuten stehen, das stimmt zwar nicht. Ich habe mittendrin bei einer Filmszene kurz abgebrochen und wieder direkt angefangen. Da ging vielleicht ein Sekundesprechen weg, aber der Untertitel stimmt ja noch. Ja, das war Weiss-Ausanne of Rome und wir verteidigen gerade Rom vor den Barbaren, von den Briten und sonstigen Feinden. Junge, Junge, es geht ganz schön zur Sache. Es ist heftig. Uns fehlt eigentlich aber nur noch der Kaiser, aber wir müssen trotzdem Rom vor den Barbaren beschützen. Das kriegen wir aber auch irgendwie hin, denke ich mal. Boah! Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Weiss-Ausanne of Rome. Äh... Mit von... Ihr dürft mir gerne einen Daumen da lassen und natürlich ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß, auf Wiedersehen und tschüss!